Das war's für heute. Der ist auch gut. Yes. Und diese Stimme stand nur, dass Snake punished ist. Sehr punished. Sehr verletzt. Verstehst du? Ne. Ne? Ihr habt gesehen, was wir in der letzten Folge gemacht haben und nur Scheiße angestellt. Alles war gut. War sehr gut, ne? Ne? Pauline Mission, Hauptmission und jetzt... Geht's wieder los mit Phantom Pain. Und zwar in den üblichen, den bekannten, den allseits geschätzten. Drei, zwei, eins. Jetzt. Prima. Schön, ihr wartet. Serious. Ähm. Ich bin ja dran, ne? Ne. Darf ich mir ein Sprachgericht einhören? Ja. Juhi. Hammer, die schön ist. Nicht immer Ocelot. Na, mach doch nichts. Das ist nur was die Älteste. 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 Und Cipher ist einer von ihnen. Cipher bleibt anonym. Aber ich weiß, dass sie arbeiten, wenn ich sie sehen. In den Augen der diesen Älteste, die Welt's PFs sind nur nur expendable pahns. Die Älteste nicht zu schaubern, um sie selbst zu verlieren. Niemand weiß, dass sie involviert. Und PFs sind günstig. In short, die Welt ist schüttet auf Soldaten und schüttet sie aus. Das ist nur was die Älteste. Die Älteste sind immer noch für 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 die Älteste. Alle sind immer wieder. Aber keine Älteste leben. Weil sie nicht mit dir kämpfen. Natürlich habe ich versucht, wie viele von ihnen als ich konnte für Diamond Dogs. Es war alles ein Verlust von Zeit. Sie sagten, dass sie nicht interessiert, ohne dich, um sie zu führen. Aber jetzt bist du zurück. Und alles wird verändern. Wir werden alle die Älteste unter dir überlegen, um die Länder und die Ökonomien zu überlegen. Was ist eine Nation? Es ist nur ein Blatt. Die Böden zwischen uns werden überlegen die Länder. Und das wird die Welt unter Kontrollen. Wir werden eine neue Lande befinden. Wir haben die Älteste. Wir haben die Älteste sehr konzeptiert. Auch die Cypher werden unter uns. Eine Älteste der Territoriale von Militärischen Nationen. Die Älteste der Älteste. Ja. Ja, das mache ich jetzt nicht mehr. Aber ganz ehrlich, ein bisschen klingt das, naja, schon danach, was das Spiel auch beinhaltet, auch, dass die ihr Ziele so ein bisschen aus den Augen von ihnen sind. Ihre ursprünglichen Ziele. Ja, ich würde sagen, sie erweitern sie erstmal. Also... Ja, aber das mit der Atomwaffe fand ich an Peace Walker auch schon nicht mehr okay. Weißt du, also... Boah, lass uns doch die Atomwaffen bergen. Verstehst du? Ja. Ähm... Erste Nebenmission hier mit Dr. Emmerich. Das wollten wir nochmal probieren. Also, ich würde dir empfehlen, mach erstmal die Hauptmission. Würdest du mir jetzt empfehlen? Ja. Das ist ein Befehl. Ähm... Es hat schon seine Gründe, warum. Also, ich habe ja ein bisschen off-camera weiter gespielt und es hat seine Gründe, warum ein paar Nebenmissionen noch nicht gemacht sind. Äh... Die werde ich jetzt auch nicht sagen. Gut. Aber wir können die mit Dr. Emmerich noch machen. Ich mach doch erstmal diese... Mission accepted. Okay. Hast du gelesen, was du machen musst? Nee. Super. Irgendwas mit Empfehlungen oder so. Wieder nicht. Kann ich nochmal zurück, oder? Ja, weiß ich nicht. Gibt es verbesserte Versionen? Hast du doch gerade. So. Bitte select a mission. Holen Sie den... Mutschadin gefangenen Malak raus, denn... Das ist ja nicht viel. Ne? Wir fangen den jetzt rein. Ja, ja, äh... Es ist sicherlich dann wieder jetzt... Weil es ja die letzte Mission oder letzte Hauptmission einer großen Missionskette ist, es ist wahrscheinlich wieder eine schwierige Mission mit auch Zwischensequenzen und alles drum und dran. Also, können wir uns vielleicht freuen. Witzig, dass ich mir die Zeit, also ich stehe ja gerne noch morgen ein, immer auszusuchen kann. Spiel für die taktische Planung überhaupt keine Rolle, zu welcher Zeit ich da irgendwen raushole oder angreife. Immer morgens. Das ist alles... Na ja, manche sagen noch eine Nacht ist besser oder da kommt der Convoy 16 und noch was an oder so. In der Realität jetzt. Und ich mach einfach alles morgens. Big Boss kann alles... Ich fand es, was Miller gesagt hat, dahingehend schon eine krasse Grenze, weil es einfach so weit geht. Sie wollen halt alles unter sich vereinen, Big Boss soll alles unter sich führen und so. Es ist schon erstmal eine starke Position. Die Schöne sind jetzt nicht mehr. Die Mission ist zu retten, einem Schäuert zu retten, in der Malmachat in Palas. Er ist als Malaak, Angel zu seinem Kollegen Mujahideen. Start by checking den Griffen der V.I. auf dein Augen-Droid. Die Soviets capturten ihn und ihn darunter in den Ruehen des Palas. Die Familie war dann in einem Flugzeug auf der Kirche auf dem Stadt. Die Soviets verletzten die Erde aufbauen, und aus dem Talen. Das Kind ist kein anderes als seine Vater. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 so machen wir so würde ich sagen unser gewissen leidens wie immer übrigens wollte ich fragen bist du nicht meiner meinung also klingt es nicht danach dass für dich in deinen ohren dass da schon so ein bisschen andere sachen vorherrschen als ursprünglich geplant oder wie damals sich er so abzugrenzen anstatt die zu vereinen ich war eine frage du meinst jetzt ja ich gucke auch nebenbei ein bisschen du meinst jetzt ob sie für mich ist einfach so ein bisschen als hätten sie ich glaube nicht dass sie ihre ziele verloren haben sondern so wie ich eben schon gesagt habe ich finde mehr sie findest mehr sie haben ich finde mehr sie haben es erst mal erweitert was müller jetzt macht ob es nun so radikalisiert oder nicht das ist ja erst mal das war nicht was gedanken ich bin nicht getroffen R2 Na 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 The target's been transferred. I've sent the information to your map screen. You're gonna need more information to pinpoint the location. The map has been updated. Now I can't take you with me, right? Yeah, crap. I can't take you with me. Look at the card where it is. Okay, up. The map has been placed. Woah. 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 Ja, hab ich schon gesehen. Da unten steht er. Vielleicht ist er vorne. Vielleicht ist er da schon weg, oder? Hm. Na ja, alle anfangen. Snake, spreche mit mir! Snake! Hm. Kacke. Na gut. Geht abseits der Wege. Na wenigstens. Hier. Analyse complete. Woa, 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 woa. Enemy presence detected. The map has been updated. Warum wird das nicht rot? Ist da was da vorne? Eine Stange oder so? Oh, wir sind wahrscheinlich zu weit weg. Für die Waffe. Vielleicht sehen sie, dass sie ankommen. Ah! Er kommt auch. Roger das. Ist das kein Scheidernfall? Kann man ihn irgendwie reparieren in der Mission? Und man kann sich Nachschub holen. Oder Nachschub geben lassen mit Scheidernfall. Dann habe ich das für diese Daten. Wenn du noch Scheidernfall auf der Basis hast. Oder wir, in dem Fall. So. Scheidernfall ist weg. E alles nur. B. B ist cool. Bisschen Sneaking Action. Sonst ballere ich mich über durch. So. Geht der außen rum, oder? Nein. 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 Was? also er hat mir wenigstens was gesagt jetzt spiel die man nicht so runter d-e-d-e-d ah ja nachschub kann ich ihn irgendwo markieren ich dachte brauche ich wieder so eine stelle für den helikopter das geht überall war ein peter auf die entscheidung würde ich gerne erwarten bevor ich weiter gehen wir ganz hilfreich und so und erst und Knümpflich. Magst du mir vielleicht erzählen, was du offline noch für wichtige Sachen herausgefunden hast? Offline? Offline habe ich... Ja, nein, ich weiß. Okay, weiß ich es nicht. Irgendwas, was jetzt relevant ist zum Verständnis der Hintergründe. Und, es waren diese Stingung noch mal nebenzu. Wenn sie relevant wären, würden sie hier spielen. Ich würde die Garten nicht vorbereiten, wenn man hier nicht die Straße geht. Obwohl es auch wie eine Straße ist, das ist ja nicht. Die Stingung ist verletzend. Die Map hat sich geändert. Die Stingung ist verletzend. Die Map hat sich geändert. Siehst du wen? Dann kann ich sie gleich markieren, wenn du in meinem Rahmen irgendetwas siehst, was ich nicht mitkriege. Da links, 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 hoch. Analysis complete. Kann da nicht nur einer stehen? Ist das für eine schlechte Bewachung? Analysis complete. Zwei reichen aber auch. Entweder sehen wir sie nicht, oder sie ist echt schwach bewacht. Also, mal so. Enemy presence verletzt. Die Map hat sich geändert. Nein. Bei Dracons Dogma sind wir noch mal gestorben, wenn wir ins Wasser gegangen sind. Hast du gelesen, was der gesagt hat? Oder gehört? Ja, klar. Das ist das Nachschublager. Soll ich? Wir haben ja ganz woanders jetzt einen Soldaten gefragt. Soll ich hier trotzdem, wenn ich einen erwische, nochmal... Ja, ist klar. Soll ich nicht sagen, wo ich ein Eis ist. Vielleicht mit dem... Ich... Ja. 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 Vielen Dank.